Ich verbinde mit Skisprung ein Hobby, dennoch ist es meine Leidenschaft. Meine Ziele für die JWM 2020 sind gut zu trainieren und vorne dabei mit zu sein. Dass die JWM 2020 in meiner Heimatstadt, Heimatort stattfindet, bedeutet für mich, dass es ein Heimvorteil sein kann, aber dennoch können wir uns gut zeigen und auch zeigen, dass wir mit anderen Veranstaltungen mithalten können.